Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich denke mal einige, die jetzt hier drauf geklickt haben, wundern sich, seit wann habe ich diesen Kanal abonniert und irgendwie, vielleicht kenne ich diese Stimme noch irgendwo her, aber ich habe jetzt gerade echt keine Verbindung. Ja, dieser Kanal hieß mal jetzt Teamplay.de und warum er jetzt umbenannt wurde und wo ich jetzt die letzten 4-5 Jahre war, erkläre ich jetzt mal kurz in Kurzform. Und zwar, ja, was haben wir gemacht damals in Let's Teamplay.de? Wir hatten ja ganz viele Garry's Mod Videos, Arma Videos in irgendeiner Form gemacht, alles was irgendwas mit Aufbauen zu tun hat, mit Programmierung in Games, in ein paar Einzelspieler, alles was mit Stargate zu tun hat, war ich dabei und, ähm, ja, da wurden doch einige Videos produziert, muss man sagen und die lasse ich auch da, also keine Sorge. Und, naja, irgendwann war dann halt einfach mal so die Zeit das Problem. Man hat einfach keine Zeit mehr zum Zocken. Und, äh, okay, das ist auch viel die Ausrede, einfach keine Zeit zu haben. Man hat auch einfach keine Lust mehr. Also dann kommen halt andere Dinge so in das Leben rein, wo man dann denkt, okay, ja, PC war jetzt irgendwie einmal im Monat an, so, ne? Und eigentlich langt auch ein iPad, so, ne? Das passiert halt. Und ich denke mal, einige von diesen 1200 Abonnenten, denen geht's wahrscheinlich genauso. Die gucken vielleicht noch aktiv, äh, YouTube. Das mach ich nämlich auch. Aber zocken, okay, nicht wundern, hier sind zwei Katzen, die könnten ein bisschen nerven. Aber, ähm, ja, alles weitere, zocken oder sowas, das, das macht man einfach nur noch wenig. Und wenn man dann mal Zeit dazu hatte, dann muss man erstmal alles updaten. Und, äh, es ist halt dann auch schlimm, ne? Ähm, naja. Und deswegen gab's jetzt erstmal diese vier, fünf Jahre Pause in irgendeiner Form. Ähm, aber ich war nicht untätig. Also, ich sag jetzt mal, 2018, da liefen auch noch andere Videos. Äh, nur nicht auf diesem Kanal. Denn ich wollte was Neues starten. Ich hatte einen Motorrad, ähm, Kanal eröffnet. Denn ich hatte einen Motorradschein gemacht. Ich hatte Bock drauf. Und, ähm, es war ja auch echt eine schöne Sache. Nur, wie ihr jetzt hier zum Beispiel auf der linken Seite seht, da war ich, äh, in, äh, am Rhein entlang, äh, bei Geisenheim, Rüdesheim und sowas. Okay, jetzt wird hier auch noch angefaucht und sowas. Jetzt gibt's ein bisschen Catfight. Okay, lassen wir das mal dabei. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr davon hört. Also, äh, ja. Schön Motorrad gefahren. Ähm, ich hab noch eine alte und günstige Kamera. Äh, die hatte aber keinen Audioanschluss in irgendeiner Form gehabt. Ähm, das heißt, man brauchte irgendwie drei Adapter, damit ich irgendwie mit dem Handy irgendwie dann Mikrofon aufnehmen konnte. Weil das hat ja auch keinen 3,5 Klinkenanschluss mehr gehabt. Äh, und alles Mögliche. Das heißt, mit Memo das aufgenommen, dann synchronisiert mit der Kamera. Und, äh, dann noch einen Kackhelm irgendwie gehabt scheinbar, ähm, weil ich das nicht, äh, ja, ich hab's nicht hingekriegt, gescheite die Windgeräusche rauszukriegen. Und dann nur irgendwie alle drei bis vier Videos und dann war's jedes Mal anders und, äh, ja, ich werd hier grad beschnuppert, also das Mikrofon wird beschnuppert. Ich glaub, das kennen die nicht. Ähm, ja, und, äh, und, äh, das macht natürlich keinen Spaß, wenn man wirklich irgendwie vier Videos aufnehmen muss oder versuche, Videos aufzunehmen, um ein Video für YouTube hinzukriegen. Aber ihr könnt gerne mal in die Beschreibung gucken. Ich hab diesen Kanal mal verlinkt. Äh, er hieß Motorrad. Und, ähm, viele kennen's vielleicht noch, ähm, Rod war ja mal mein, mein, mein Nickname in den ganzen Zockergames, kann man sagen, vor allem in Garry Smott. Und, äh, dann hat sich das da auch noch eingebürgert gehabt. Also, guckt gerne vorbei, äh, Videos sind auch noch online, nur ist jetzt auch schon ein paar Jahre nichts passiert. Ähm, ja, äh, ich sag jetzt mal, das große Fahren hat sich dann auch gewandelt. Ähm, eher dann nur noch zur Arbeit, weil das günstiger war. Und, ähm, ja, dann hat sich das jetzt dann auch erledigt ein bisschen gehabt. Also, ich hab noch Motorrad, nicht mehr die MT07, wie hier auf diesem, äh, wie zu sehen oder auch noch auf den Videos. Die hab ich verkauft, äh, dieses Jahr für wirklich, wirklich gutes Geld, ne? Also, wenn alle Preise steigen, dann Neuwagen nicht zu kriegen sind, dann sind so Gebrauchte echt gar nicht schlecht, ne? Ja, ja, und was wurde dann da draus? Ähm, ich hab mir nochmal eine Yamaha gekauft, ne, äh, F, F, Z, F, J, F, Z, 6, ich blende es ein. Äh, eine Phaser, also keine Tracer, eine Phaser von 2012, älter, aber mehr PS und, äh, Koffer und was man halt alles so braucht. Ja, ja, und für den Rest des Geldes, warum ich das auch alles verkauft habe, okay, ähm, war dann, äh, ja, ein neues Hobby. Ein neues Hobby, was ihr in der Mitte seht wahrscheinlich hier auf diesem, diesem Video. Und, äh, das heißt, ich hatte eine SPL-Lizenz angefangen, also eine Ultra-Leicht-Lizenz und, ähm, mit den ganzen Sachen und, äh, was das jetzt für eine Lizenz ist und was kann ich damit fliegen, ähm, das, da kommt dann nochmal ein Video. Aber ich wollte erstmal Hallo sagen, es geht hier weiter auf diesem Kanal und ich will den jetzt hier nicht ausbeuten und, äh, unbedingt hier die vorhandenen Abos nehmen, aber mich hat das einfach immer genervt mit dem Motor-Rod, in dem Fall, auf einen anderen Kanal. Und eigentlich nutze ich immer noch den Let's Teamplay.de oder den ehemaligen Let's Teamplay.de Kanal, um Videos zu gucken, um zu kommentieren. Und deswegen nutze ich diesen Kanal, die Videos bleiben alle online, weil das gehört zur Vergangenheit dazu. Und, ähm, ich finde das halt auch noch als Vergangenheit in irgendeiner Form echt interessant, was alles so lief. Und, äh, ich meine, dass mal ein Girls-Mod-Video irgendwann in den nächsten drei Jahren kommt, das kann natürlich mal passieren. Ich glaube es jetzt erstmal nicht. Aber ich, ich schließe es nicht aus und, ähm, seid dabei. Ich werde euch auf jeden Fall immer mal mitnehmen, wie jetzt der Weg in die Fliegerei ist. Und bis dahin, ciao! Und bis dahin, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020